Was soll ich tun? Es sind zu viele! Auf mein Zeichen! Sie kreisen uns ein! Ich höre, rasch wie der Wind, Schwestern! Hier! Okay, wir haben Vark besiegt. Bereit! Flöte des Spinnenmanns. Auf mein Zeichen! Und ja, hier ist ein Elfenmonument, noch eins. Wären wir vielleicht doch zuerst mit dem Spinnenmann reden sollen. Es sind zu viele! Elends Segen! Mein Bogen für die Rune! Seid auf der Hut! Los, Schwestern! Ja, reden wir mal mit dem Spinnenmann. Töten das Totem mit Fernkämpfern. Sieh an, sieh an! Was dreht sich denn heute hier herum? Frisches, saftiges Menschenfleisch. Wer oder was seid ihr? Ohne Geschichte! Ohne Geschichte! Ohne Namen! Die Leute nennen mich den Spinnenmann! Man meidert mich! Man fürchtet mich, weil ich die Gabe besitze, mit den Spinnen zu reden! Bist du ein Freund oder ein Feind, Spinnenmensch? Weder noch, heißblütiger Runenkrieger, ich bin der Hütter dieser wundervollen Kreaturen. Der Krieg vertrieb mich aus meinen versteckenden Bergen. Doch wenn die Gewitter des Kampfes vorübergezogen sind, werde ich wieder dorthin entschwinden. Man sagt, ihr habt ein Mädchen entführt. So, sagt man das? Nun, entführt ist vielleicht das falsche Wort. Sie war mein Gast. Ich lud sie zum Essen ein. Gebt sie frei! Oder eure Spinnen werden den Tod ihres Hüters betrauern. Euer hitziges Gemüt wird euch noch einmal in Schwierigkeiten bringen, mein junger Krieger. Freigeben? Sie ist frei! Frei aller Not dieser Welt! Ja, beenden. Also ja, die Nebenquest wäre theoretisch ihm zu helfen, ihm seine Spinnenflöte wieder zu geben. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Allerdings finde ich, dass der Typ es nicht verdient hat, dass man ihm hilft. Ich finde eher, wir sollten die Lager hier ausradieren. Und den Weg weiter verbarrikadieren dann vielleicht mit ein paar Türmen. Und dann werden wir uns mal um ihn kümmern. Oh ja, hier ist das Menschenmonument. Aber wie gesagt, die Menschen sind hier auf der Map. Die Diener der Nacht sind hier. Für eine Sache gut. Gibt es hier überhaupt einen Stein in der Nähe? Sie kreisen uns ein. Stand halten, Männer. Die Diener der Nacht sind hier. Hier. Wir werden angegessen. Nein, da habe ich nicht retten können. Feinde! Zu den Bögen! Wir sind in Gefahr! Hier! Auf mein Zeichen! In die Schlacht! Feinde! Zu den Bögen! Okay, dann werde ich gleich mal das Monument besetzen. Was soll ich tun? Schnell wie ein Pfeil! Also erstmal hier. Ah, ich habe eine Heilerin verloren. Elendsegen! Feinde! Zu den Bögen! Auf mein Zeichen! Befehlt! Was soll ich tun? So, dann kann ich erstmal hier zehn feste holen. Befehlt! Hier, mir nach! Sofort! Folgt mir! Ja, und da kommen sie in Scharen. Befehlt! Die Diener der Nacht sind hier! Auf mein Kommando! Die Diener der Nacht sind hier! Auf mein Kommando! Sie kreisen uns ein! Bereit! Und ja, ihr seht, warum ich den Hals zauberen mag. Vielleicht. Werd euch, Schwestern! Der hilft ungemein. Dabei, meine Truppenabwehr zu halten. Zu den Bögen! Auf mein Kommando! Mir nach! Ja! Und los! Oh, hier wäre sogar Aria. Und Eisen und Stein. Okay. Mein Bogen, Schnell wie ein Pfeil! Auf meinen Befehl! Folgt mir! Ich höre! Vorsicht, Gegner! Das heißt, eigentlich hätte ich die Möglichkeit, mich hier ordentlich auszubreiten. Runenkrieger! Zu mir! Und eine Menschenbasis hochzuziehen, das dürfte die ganze Sache erleichtern. Ich höre... Ich muss da dran denken. Jedes Monument, was ich halte, kostet mich 10 Seelenkraft. Hi. Wieder ein Angriff. Gut, um Holz brauche ich mir keine Gedanken machen. Nur die Steine brauche ich. Und ja, das Praktische ist... Die Arbeiter sind getrennt voneinander. Nur das Militär... ...ist... ...nicht getrennt. ...verfügt immer mich. Habe verstanden. So, für den Steinbruch brauche ich erstmal Stein. Was wünscht ihr? Brauche ich eigentlich auch ein kleines und mittleres Haupthaus hier. Ja. Sofort. Bereit. Und los. Sofort. Und los. Ich höre... Oh, Katzin. Unfähiges Pack! Mehr Leute auf die Welle! Lasst Feuer regnen, ihr Bastarde! Euch werde ich Beine machen! Bei den Schlünden von Bargagor! Dieser verfluchte Zauberer hat nichts von einem Runenkrieger gesagt. Aber damit wird ein Brennigan schon fertig. Immerhin habe ich noch euch, meine kleinen Schätzchen! Was steht hier noch darum? Los! Tötet den Runenknecht! Tötet sie alle! Das wird dein letzter Feldzug, Runensklave! Gut, Brennigan ist ein bisschen angepisst. Also, ja, jetzt werden wir endlich mal Brennigan kennen. Hier bin ich! Schon auf dem Weg! Dort entlang! Auf mein Zeichen! Ja, und da kommen die eiserne Diener. Das ist ein Hinterhalt! Die ist direkt auf mich abgesehen haben. Sie kreisen uns ein! Sie kreisen uns ein! Runenkrieger! Zu mir! Stand halten, Männer! Wir werden angegriffen! Ja, mit denen muss ich jetzt gerade ein bisschen Reisenacht rumspielen, weil sie sind einfach zu stark. Wir werden angegriffen! Ja! Wir werden angegriffen! Ich höre! Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Genau! Feinde! Zu den Bögen! Mein Burgen für die Rune! Wehrt euch, Schwestern! Es sind zu viele! Elend, Segen! Feinde! Zu den Bögen! Wehrt euch, Schwestern! Sie kreisen uns ein! Ja! Gehen wir es an! Die Diener der Nacht sind hier! Bereit! Okay! Jetzt Verluste ausgleichen! Eine Heilerin! Eine Weitläuferin! Und drei von den anderen erstmal! Ja, und solange die Feuerwerfer im Weg sind, können wir uns nicht weiter vorwagen! Also sollten wir uns nicht, weil Elfen auf mein Kommando doch ein bisschen anfällig gegenüber Feuerwerfern sind. Verfügt über mich! Habe verstanden! Elend, Segen! Wohin soll ich gehen? Rasch wie der Wind! Zurück waren das die einzigen beiden Eisernen, die Renigan hatte. Ja, dann los! Zu Diensten! Und der hat das bisschen Eisen da oben, kann ich ruhig probieren! Ja, bin unterwegs! Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich diese freie Fläche hier für Nahrung nutze. Also zwei Nahrungsfarmen hinstelle. Feinde! Zu den Bögen! Zu Diensten! Dann los! Habe verstanden! Was wünscht ihr? Dort entlang! Hier bin ich! Schon auf dem Weg! So, dann erst einmal uns ums Eisen kümmern. Also hier die Mine hin.